Hier möchte ich euch jetzt das Schletec 2-in-1 Gun Tuning Waffenkeramiköl vorstellen. Das ist ein PTFE- und Keramiköl. Das wird hier mit dem sogenannten Precision Pen geliefert. Ist eine sehr schöne Sache, da ich hiermit tatsächlich vernünftig dosieren kann. Das 2-in-1 Öl, ich habe das bereits im Vorfeld schon gefüllt, das ist ein 50 Milliliter PTFE-Öl. Und das habe ich bereits hier schon eingefüllt. Zum Einfüllen wird einfach hier oben der Deckel abgeschraubt und dann das Öl oben eingefüllt. Deckel wieder festschrauben, da ist extra ein Dichtring drin. Und dann haben wir hier unten, haben wir wie so eine Art Kanüle, so eine Düse. Wenn man hinten drauf drückt, kommt das Öl tröpfchenweise aus dieser Düse. Und damit kann ich sehr gut punktuell das Öl einsetzen. So, wir fangen jetzt erst ganz normal an, setzen die Waffe wieder zusammen. Hier am Beispiel der Shadow 2. Und jetzt gehen wir einfach hin, nehmen den Öler. Machen wir einfach nur mal punktuell ein paar Tropfen rein. Nicht zu viel, das verteilt sich dann schon von selber. So, und dann setzen wir ganz normal den Schlitten wieder auf das Griffstück auf. Durch Repetieren verteilen wir ein bisschen das Öl im Schlitten, in den Führungen. Und wir sehen, das Öl ist gut verteilt. Überschüssiges einfach abwischen. Und die Waffe ist geölt. Sehr interessant ist halt gerade dieser Precision Pen A, er ist dicht durch die Ohrringe. Das ist ein Aluminiumstift. Sehr leicht. Der kann einfach so genommen werden, in die Tasche rein gemacht werden. Über die Spange kann der auch fixiert werden, dass er schön senkrecht bleibt. Und kann dann somit auch auf die Range genommen werden, falls man mal irgendwo schnell was ölen muss. Gerade so, sag ich mal, halbautomatische Büchsenbereich oder wie auch immer, was man so benötigt. Das ist Schleteck 2-in-1 Gun Tuning, PTFE und Keramik Hightech Waffenspray mit dem Schleteck Precision Pen.